Guten Tag, Freunde. Weiter geht es mit The Walking Dead. So, wir resumen das Game und sind immer noch unterwegs im kleinen Zügchen. Haben Dark und die Mutter von Dark verloren und den Dark davor auch. Und die Lily ist weg. Wir haben einen Obdachlosen gefunden. Yay! Und ja, die Clementine. Hey, möchtest du reden oder sowas? Willst du reden? Oh. Willst du verstehen, was passiert? Ja. Okay. What are you thinking about it? What Chuck said. What Chuck said. That would happen to Dark, would happen to me. The fuck he did? I swear. Sorry. Talk some sense into it. Aha. Hier, der Chuck hat dir erzählt, also dass aus ihr das auch werden würde. Wenn Dark sterben würde und der zurückkehren würde. Hey, wie geht's? Don't talk to my girl anymore. Die drei, da kommt ein Asshole vor. Das klingt gut. Das klingt gut. Nö? Excuse me, son. Tell them the little girl, she's gonna die. Wanna scare people, scare me. Fuck her. Okie dokie. She's gonna die. Son of a bitch. How was that? How about I throw your sorry ass off this fucking train? Now we're both scared. I don't know much about you folks. But I can tell you as sure as the sun's gonna come up tomorrow. But y'all keep going on like this, and that girl ain't gonna make it. What do you know? I'll tell you. As long as you don't toss me over the rail. Well, wer was? I don't know that you don't have a goddamn plan. We get to Savannah and then what? We have to find a new bitchin'. You think that's a new idea? You got even the foggiest idea about where you gonna find one of those. Sit down with a girl and hash it out. Find a map for Christ's sake. I'd give you one if I had it. And if something were to happen to you, it won't. If it were, you gotta prepare the girl. Teacher to use a weapon and for crime and he cut that hair. Like a gun? Are you kidding me? She's a little girl. Äh. Like a gun? Are you kidding me? Nein. Mach es. Ja, nein, nein, nein. Doch, ich will, ich will ihr beibringen. Und ihr die Haare schneiden. That's it. You're either living or you're not. You ain't little, you ain't a girl, you ain't a boy. You ain't strong or smart. You're alive. Look at her hair. Find some scissors in my pack. And take care of that hair before a walker does it for you. And then show her how to use a gun. Because like it or not, that's what saves your life from here on out. Alles klar, das ist wie in der Serie, ja. Da gehen die auch üben, um zu suchen. Ja. Super, jetzt hat der Obdachlose das Wort hier übernommen, also die Kontrolle hier, oder was? You got any family? I shoot the kid, you know. Ähm, weißt du eigentlich, dass ich das Kind erschossen habe? Ja, ne. Aber ich was, falls du es nicht wusstest. Ja. Äh, ja. Der Rest interessiert uns nicht. Alles klar, wir gehen jetzt, ähm, da rein und suchen dann ne Schere und üben ein bisschen mit der Knarre. Kenny, äh, die geht's bestimmt scheiße, ne? Tut mir leid. So. Mach up hier. Zack. Ach, und der Ben, der Ben, der Ben, der Ben. Was machst du denn hier? Hey. Hey. Hm, sind nicht mehr viele von uns am Leben? Ben, mhm. Ganz ehrlich, ähm, ich glaub nicht, dass wir uns auf Kenny verlassen können. Alle tot. Alle tot, ganz sicher, hundertprozentig. Es war ein bisschen früher. Was mit Kenny passiert, ist anders. Ich glaube. Ja. Ja, ähm, Dark hat dein Leben gerettet, ne? Dark ist wegen dir gestorben. Ich weiß, ich weiß. Ich weiß nicht, ob ich so weitergehen kann, Mann. Ja, so läuft das Leben. Ich hoffe. Ah, schicke Pose. Komm, klasse ihn auf den Hintern einfach so. Komm, Lee. Ah, gut, dann nicht. So, dann... Ja, das ist schön, das... Aber du sollst da reingehen. So, wo... Ah, hier. Ah, Lily, du hast doch... Nein, ups, ich hab dich Lily genannt. Ich mein Clementini. Tine. So, jetzt haben wir's. Bloodstain. Da ist der Bag. Ich nehm jetzt einen Schluck. Bottle of Whisky. Nein, nicht angucken. Trinken. Nimm. Nimm einen Schluck. Oh nein, sie guckt nicht, sie guckt nicht. Komm schon, nimm. Das ist ein Fithol-Whisky. Ah. Chuck's Camp. Hier in der Tasche ist bestimmt eine Schere drin. Ja, und was für eine, ey. Kann ich deinen Kopf abschneiden? So, Clementini, ey, schneid jetzt mal deine Herrchen. Habt ihr mit ihm gesprochen? Ich habe ihn. Er hat ein paar... Er hat sich selbst erklärt und hat ein paar gute Punkte gemacht. Schau, wir werden nicht alles, was zu dir passiert, aber es gibt ein paar Prekausse, die wir nehmen müssen. Okay, ja, das macht Sinn. Oh, mein Lieber. Okay, was sollen wir tun? Well, wir werden einen Plan für, wenn wir nach Savannah kommen. Zeig dir, wie sich selbst zu retten und ein bisschen schiebt, damit du so schnell zu holen kannst. Ich mag das. Hm. Gut. Also, ein Millimeter-Schnitter. Du musst lernen, dich selber zu retten. Was ein schreckiger Tag. So, du musst lernen, dich selber zu... ...verteidigen. Komm mit. Wir schießen jetzt auf Ben. Wir müssen wissen, wie sich selbst zu retten. Wir bringen Ben zum Tanzen. Du schiebst oder schiebst? Ich verstehe. Ich meine, mit einer solchen. Erstens, nicht Angst, es ist nur ein Problem. Geh es. Aber immer wissen, wo du die Finger ist, und nicht auf die Trigger, wenn du jemanden schiebst. Okay. 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 Das ist nicht schrecklich. Es ist schwer. Du wirst etwas stärker. Um schaue, schaue du direkt auf den Topf, durch den Knopf. Lied auf die Seite des Endes mit deinem Begriff. Hast du noch etwas anderes, das ich weiß? Wenn du bereit bist, mach sicher, dass du nicht zu hart spielst. Dann schaue du den Knopf. Wie, wenn ich schwimmen? Ja. Nein. Nicht, dass ich die Luft ganz alt anhält und dann irgendwie stirb. Nicht, dass du so blöd bist gegen Tina, aber... Wer weiß. So. Schießt drauf, Kleine. Weh, du triffst nicht. Dann gibt's kein Abendessen. Ich mach nur Spaß, wir haben kein Abendessen. Wir haben nichts zu essen. Und... Ja. Wow. Du bist okay? Meine Hand schmerzen. Ich mag das nicht. Lass uns mit dem, okay? Ich muss... Ja. Wenn man nicht sehen würde, was ich hier mache mit dem kleinen Mädchen, würde man denken, dass ich pädophile Aktivitäten mache. Aim left, aim right. Keep it steady. Ähm... Keep, keep it steady. Keep, keep it steady. Keep it steady. Ähm... Ähm... Aim lower. Aim lower. Ah, du bist dumm! Äh, nach rechts. Just to the right. Ähm... Äh... Close. Now keep it steady. Jawoll, Kleine Kementine. Jawoll. Excellent. Good shot. Und jetzt kommt... Duck. Nein, immer noch nicht. So. Das gleiche einfach nochmal. Komm schon, das packst du. Das packst du. Das packst du. Ja, du bist doof. Äh... Aim right. Aim more to the right. Und dann, aim higher. Okay, a little higher. Perfekt. There you go. Nice. So, und den treffst du jetzt. Gleich beim ersten Mal. Ohne meine Hilfe. Wetten. Denn dreimal ist Bremer recht. Und wie wir wissen, ist Lee kein Bremer. Fuck Logic. So. Und jetzt drück ab. Perfekt. Siehste? Ich habe es geschafft. Ja, du hast es geschafft. Guten Job. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Und die Schraube hat nicht so viel. Siehst du? Du hast es gut gemacht. Sie sind keine Kementine, aber... Nein. Farbe davon. Aber du wirst jetzt wissen, wie diese Dinge funktionieren. Wir werden dich als Walkers ein Tag. Okay. Ich fühle mich gut. Das ist gut. Nuh-uh. Alles klärchen. Und jetzt muss sie losgehen. Im Arsch. Okay, gut. Ähm, jetzt muss ich aber hier die Haare schneiden. Komm, wir schneiden dir die Haare. Ich wollte schon mal Friseur spielen. Hi. Ja. So, dann wird das wahrscheinlich nicht so gut sein. Oh, nein. Was passiert? Nichts. Wir müssen deine Haare sprechen. Es ist nicht sicher. Das ist nicht schön. Was ist das? Nein. Du sagst, es riecht? Nein. Nein. Weil es ist. Es ist. Wie ist es. Du, wenn du eine Andy St. John ab聯et hast, und ich bin nervig? Ja. Ja. Ja, das könnte wieder passieren. Und wenn es ein Walker ist, dann müssen wir es schrauben. Nur eine Schrauben, richtig? Ich muss es kurz genug halten, damit es nicht aufgenommen wird. Okay. Und wenn wir das jetzt machen? Ich glaube nicht. Keine Angst, das ist eine gute Sache. Ja, klar, ich habe es schon mal auf der Wii geschnitten. Nein, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Ich seh mir wie ein Junge. Aber denk, wie viel sicherer du bist. Da sind sie wieder. Oh, ein Telefon. Ja. Du hast mich nicht gefroren. Ich hätte nicht Angst vor dir oder was. Entschuldigung. Du hast jetzt viele Dinge geklärt. Es ist nicht egal. Worüber haben wir geredet? Sorry, Clementine. Hat jemand sein Handy nicht ausgemacht, dein Telefon. No, it's different. Killing is bad, no matter what. No, nein, es ist anders. Es ist irgendetwas. Es ist... irgendetwas. Ich habe gesagt, dass die Leute nicht in die Schule gehen, wenn sie nicht sollten. All die Zeit. Ich denke, ich bin über Dirk. Ich kann wahrscheinlich diese Spiele zurückziehen. Hier. Ich habe ein paar Haare. Hm. Ja. Ich habe sie mir zu schlafen. Da. Alles fertig. Perfekt. Siehst aus wie ein Clemens. Ha. Sieht aus wie ein Clemens. Ha. Nein. Sieht aus wie ein Clemens. Sieht aus wie ein Clemens. Er hat hier schon lange gelebt. Gut. Ach, jetzt müssen wir hier zu dem Typen und ihm sagen, dass wir alles, äh, dass Clementine jetzt eine Killermaschine ist und dass sie aussieht wie ein Clemens. So. Da-da-da-da-da-da-da. Okay. Mit Kenny müssen wir nicht reden. Der braucht seine Ruhe. Und... Da ist er. Hey, Mr. Obdachlos. Hab alles gemacht, was du gesagt hast. Well, die Frau kann schlafen. Sie muss nicht schön sein. Wahrscheinlich wird es sein, bevor zu lange. Ach, guck mal, da kann ich jetzt ihm, äh... Ja, die Flasche an hier sagen. Hä? Du, du, du. Oh. 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 Ach so. Oh, okay. Wir sagen doch nichts. Du, du, du. Ähm... Ja. War aber sowas von. Ein Schluck also. Okay. Nicht absetzen, nicht abs... Oh, Mann. Oh. 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 Ich weiß, worauf er hinaus will. Auf Kenny. Kenny braucht einen Drink. Ja. Kenny muss, äh... Moment, aber er fährt gerade. Egal. So. Hey, Kenny. Hey, Mann. Du und ich? Wir, äh... Schau. Let's just get to the ocean. Äh... About my... Are there any maps in here? Chuck wanted to know if you need a drink. Ähm... Ah, jetzt können wir alles untersuchen. Ah, da! Die Karte. Perfekt. Zack. Und weg ist sie. Ha. Wir sind ein schlauer Fuchs. Okay. Kein Ding. Kein Ding. Pff. Ist auch alles so wie vorher. Da fehlt keine Karte oder sowas. Nein, nein, nein. So. Hey, Obdachlosi. Ich habe ne Karte. Und wieder mit Clementine reden. Ah. Ah, Muskelkater. Autsch. So. Vom Spielen, vom Zocken. Ha. Alles gleich. Und dann gehen wir zu Clementine und, ähm... Machen irgendetwas hin und her, hin und her. Mein Gott, bin ich nicht euer Sklave oder was? Warum kommt Clementine jetzt zu mir? Hm. So. Es war ich. Was? Ah. Ah. Ah, wir haben es jetzt Rätsel gelöst. Er war es wirklich. Es ist all meine Fault. Da haben wir den Salat. Da haben wir den Salat. Da haben wir hier. I could kill you. Jesus, Ben. Ich könnte dich umbringen. Ich... 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 Nobody can see us. I could toss you over right now and be done with it. No. I... Lee, please. Why should I? They said they had my friend. I didn't know what to do. Lee, please. Oh, ho, ho, ho. Wir machen ihm Angst. Wir machen ihm Angst. Oh, Gott. Ich habe die ganze Zeit gehofft, ich muss keine Entscheidung treffen. Ich glaube, du hast es gemacht. Uiuiuiuiui. Okay, Ben war es. Wie wir auch alle so gehofft haben. Oder gedacht haben. So, hey. Clementine. Hey, Clint. Hi. So. Ich möchte über Savannah sprechen. Ich auch. Und was wir machen, wenn wir da kommen? Wir wissen nicht, was zu erwarten. Ich sagte, er könnte schlecht sein oder völlig unter Kontrolle sein. Die Sache ist. Du und ich, wir haben ein Team, du weißt? Und ein Team braucht ein Plan. Besonders von allen anderen. Wenn diese Trennung stoppt, du und ich sollten genau wissen, was wir machen. Ein Plan. Ich mag es. Wir müssen deine Eltern suchen. Wir müssen helfen, um ein Boot zu finden. Wir müssen unseren eigenen Weg finden. Wir müssen unseren eigenen Weg. Um ein Boot zu finden. Das ist unser beste Bett in Sicherheit. Okay. Aber wir werden in Savannah sein. Und meine Eltern waren in Savannah. Ach ja, stimmt. Da war ja was mit den Eltern. Nein. Ich weiss nicht über die Sicherheit. Ich weiss nicht über sie finden. Ich weiss nicht über sie finden. Beruhig dich. Okay, wir werden gucken. Aber dann das Boot. Wir schauen sie an. Wirklich? Ja. Natürlich. Entschuldigung. Wir schauen sie an. Wenn wir wissen, wo sie waren, können wir da beginnen. Okay. Okay. Let's. Looks like we'll come right through town, if there's nothing on the tracks to hold us up. We're gonna wanna look for a boat. Here. I imagine. And from there we've got all the Savannah to the southwest of us. And we've got a good chunk of Savannah here. What do you think? They always stay in the same place when they go there. It's, uh, hmm. Hey, don't worry. We'll figure it out. Have you ever been there? Once. Well, think about it. There are a lot of hotels on here, but read this map and maybe it'll jog your memory. They've got really tasty desserts. It's called the, um, um, something, Mar. Is this it? The Marshalls? Yes, that's it. So we'll head there. Yes. You think we have a good plan? I think it's very good. Can I... tell my parents? You know... Alright. How do you feel? Good. Better. I'm glad we have a plan. And you're a good little shot. Thanks. I guess we should see how far... Oh, shit. Hold on, everybody! Oh, oh. Oh, oh. Jetzt geht's wieder los. Jetzt geht's wieder los. Jetzt, jetzt, jetzt geht's wieder los. Aber das sehen wir erst im nächsten Part. Ja, fieser Schnitt, ich weiß. Aber der Part ist schon ungefähr 20 Minuten lang. Ich würde... Das Rendern dauert lange. Deswegen sind die Parts zu kurz. Sonst würde ich dann zwei Stunden lang rendern und keine Zeit, das hochzuladen. Dann würde nichts kommen. So. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.